10 von 10 hier, 10 von 10 da. Fast alle Journalisten und Kritiker loben und feiern Red Dead Redemption 2. Sie lieben Rockstars Open World Game. Ich? Ich nicht. Ich liebe Red Dead Redemption 2 nicht. Die Gründe? Naja, lasst euch mal am Beispiel dreier Kritikpunkte diese von mir erläutern. Nummer 1. Red Dead Redemption 2 ist unfassbar hübsch. Und leer. Auf der Xbox One X läuft das Spiel in einer echten, nativen 4K-Auflösung und sieht mit Abstand am besten aus. Aber selbst auf den anderen Konsolen gilt, Red Dead Redemption 2 ist hübsch. Die Spielwelt lädt zum Entdecken ein. Blöderweise ist sie nur absolut leer. Ja, okay, überall gibt es zufällige Ereignisse. Stimmt. Aber wie oft reitet man von A nach B und erlebt dabei eigentlich gar nichts. Ja, richtig. Zu oft. Die Reiteinlagen, gerade zum Basiscamp oder zu den Missionen, nerven oft. Was man auf dem Weg dahin erlebt? Wildtiere findet man zum Jagen und ein paar zufällige Encounter gibt es auch noch, die sich aber vom Ablauf her oft wiederholen. Eine Schnellreise würde hier tatsächlich helfen. Und ja, die gibt es auch, beziehungsweise man kann sie nach und nach freischalten. Aber selbst diese Schnellreise ist eher eine mit Einschränkungen. In der groben Nähe seiner Ziele kommt man per Zug oder Kutsche zwar dann an, aber selbst von dort aus muss man durch eine relativ weite, inhaltslose Landschaft reiten. Ich neige dazu mittlerweile, die Kinokamera zu aktivieren. Dann reitet ihr nämlich automatisch zum Zielpunkt und könnt währenddessen irgendwas aus dem Kühlschrank holen. Blöd nur, dass ihr bei der Kinokamera nicht nur die Kontrolle, sondern euer Pferd auch sein Hirn abgibt. Durch die Leere der Spielwelt nervt Red Dead Redemption 2 gerne mal. Ich finde es zwar gut, wenn ein Spiel sich entschleunigt und auch das ganze Spielvorhaben entschleunigt, aber vielleicht sollte ein Spiel dabei nicht vergessen, auch ein Spiel zu bleiben. Punkt 2 Red Dead Redemption 2 Cheatet Habt ihr euch schon mal gefragt, warum plötzlich drei Reiter in einer Mission auftauchen, die euch aufhalten wollen, obwohl ihr vorher eigentlich alles und jeden umgelegt habt? Oder wie zum Teufel ein Mord mit Pfeil und Bogen aus 1000 Meter Entfernung direkt auf euch zurückfallen kann? Sobald ein anderer NPC eine Leiche entdeckt, gilt er als Zeuge und läuft weg. Haltet ihr ihn nicht auf, kommen direkt die Sheriffs und die wissen auch sofort, wer die Person umgebracht hat und wo ihr auch genau steht. Oder mit anderen Worten, die kommen halt direkt auf euch zugeritten. Das leise Vorgehen bzw. das Schleichen wird daher auch einfach nicht belohnt. Bei GTA ist das vielleicht noch irgendwie erklärbar. Schließlich hat jeder der Passanten ein Smartphone und kann die Polizei rufen, die auch dann Helikopter und Kameras nutzen kann. Aber wir sind hier nicht bei GTA, wir sind hier im 19. Jahrhundert. Und selbst wenn ihr ein Lager komplett säubert, irgendwie findet immer irgendwer noch einen Körper. Ob ihr jemanden übersehen habt, fragt ihr euch. Nein, nein, ihr habt niemanden übersehen, denn das Spiel cheatet. Und es cheatet nicht mal sonderlich gut. Oder anders gesagt, es gibt sich nicht mal Mühe dabei. Es erschafft neue Spielfiguren bzw. lässt bereits getötete Gegner einfach wieder vor euren Augen spawnen. Das ist einerseits richtig faules und schlechtes Game Design. Zum anderen nervt es, weil im Kern das Spiel nur das aggressive Vorgehen belohnt. Dadurch spielen sich zu viele Missionen identisch. Durch das nervige Zeugensystem hat man auch keine Chance, mal ein richtig fieser Gesetzloser zu sein. Da hilft auch ein aufgesetztes Moralsystem nicht. Punkt Nummer 3. Red Dead Redemption 2 verschließt sich. Die Städte und Siedlungen im Spiel sind hübsch. Es gibt dort auch einige Nebenaktivitäten, die unterhalten können. Blöd nur, dass von 100 Gebäuden gefühlt 95 oder mehr verschlossen sind und jede Siedlung eigentlich nur die gleichen Gebäudetypen bietet. Von einem Open-World-Spiel im Jahr 2018 erwarte ich mehr. Mehr als nur Passanten. Mehr als nur ein paar Gebäude. Mehr als nur ein Saloon in jeder Region. Ich will eine wirklich lebendige Spielwelt. Andere Spiele schaffen das auch. Also warum nicht auch Red Dead Redemption 2? Sind die Altlasten von GTA 5 einfach noch zu hoch oder war es vielleicht doch zu viel Arbeit? Spiele wie Assassin's Creed Unity haben das vor Jahren schon geschafft. Eine lebendige, interaktive Spielwelt, in der fast jedes Gebäude begehbar war. Generell scheint Red Dead Redemption 2 sich dem Spieler zu verschließen. Es gibt so viele Landschaften, Siedlungen und Gebäude auch irgendwo mitten im Wald. Aber was macht das Spiel draus? Ich finde viel zu wenig. Denn die ganzen Gebäude und Co. kann man nicht erkunden. Sie sind einfach nur mitten in der Spielwelt platziert. Ich habe einfach das Gefühl, dass Red Dead Redemption 2 ein Spiel ist, welches Fleißarbeit von mir abverlangt. Grundsätzlich eigentlich kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel vergisst dabei, wie schon erwähnt, ein Spiel zu sein. Und missversteht mich nicht. Red Dead Redemption 2 ist zweifelsohne ein gutes Videospiel. Aber ein Videospiel, in welches ich mich verlieben kann? Nein, niemals. Tut mir leid. Und das ist auch irgendwie schade, denn ich möchte das Spiel eigentlich lieben. Die schöne Spielwelt, das ganze Setting, alles wirkt so gut gemacht und auch wie aus einem Guss. Bis man dann wirklich merkt, was die Spielwelt einem eigentlich bietet. Und dann verstehe ich diese ganzen 10 von 10 Wertungen nicht. Natürlich hat Red Dead Redemption 2 aber auch viel Positives und auch noch einiges mehr an Negatives zu bieten. Dies klären wir aber in unserer Review. Erstmal seid ihr aber ihr gefragt. Ist Red Dead Redemption 2 für euch das Hype-Spiel die 10 von 10 überhaupt? Oder geht es euch ähnlich wie mir? Eure Meinung ab damit in die Kommentare. Und ach, jeder der neu dabei ist, abonniert uns und dann verpasst ihr auch keine neuen Inhalte mehr. Versprochen. Und dann geht es euch. Untertitelung des ZDF, 2020